Da oben ist die Brücke, gerade dass wir so hin kommen, mal rüber gehen auf die andere Seite. Da sind nicht irgendwo Pilze zum springen, andere welche nicht. Ich bin da runter gekommen und da habe ich unter mir die Pilze gesehen. Jawohl. Du alter Mann. Mein Name ist Aschen the Wise. Ich bin der letzte Wizard von der Dark Wars, das war ein Jahr später. Vater immer erzählt uns die Geschichte von der Dark War. Er erzählt uns die Horrors und die Dark Army, und wie niemand war safe von der Possessive Force von Lord Demas. Er erzählt uns die Legendary Wizard, die endlich destroyed Lord Demas und gegründet Frieden. Ja, da waren die Zeiten schmerzen, aber wir überkamen in der Ende und verletzten Lord Demas. Oder wir glaubten wir das. Wir glaubten wir das? Ja, wir haben angefangen zu hören, die in den Foresten passieren, die nicht so natural sind. Ich habe mit meinem Squadron mitgebracht, aber bevor wir tief in die Foresten sind, haben wir die Beast gesehen. Ich bin der Schmerz, Josh. Lord Demas wird wieder auf der Reihe. Ich bin der Schmerz. Aber Vater sagt, dass ihr euch alle destroyed Lord Demas all. Wie ist das möglich? Wir alle glaubten es einfach nicht möglich. Aber er ist wieder. Er ist zurück. Aber nicht in full form, wir können ihn nicht wiederholfen. Wir können ihn nicht wiederholfen. Wenn ich mich nahe zu den Beast und dann in die Soul schmerzen, Lord Demas muss die Beast haben, bei vielen anderen anderen in den ganzen Welt. Wenn ich die Beast schmerzen, ich kann sehen, was Lord Demas ist planing. Welche Weapons haben Sie, Josh? Well, ich habe mein Vater's axe, aber es ist zu viel zu viel zu kämpfen. Ich hatte die Archer mit meinem Vater, aber ich habe verloren, wenn die Wolse attackiert. Du hast einen Moment in Hand-to-Hand-Kombat mit diesem Kreature. Wir hatten ein Archers in unserem Squadron. Ich bin sicher, dass ihre Böse sind in der Battle Area. Du musst schnell gehen und den Böse und Arrows zurück. Die Encampment ist nach hier. Be wary, Josh. Wir sind zu schützen. Ich muss mich und bereit, zu tapen in diese Illen-Soul wieder. Okay. Wo kann ich diesen Ort finden, worüber du sprachst? Du warst ziemlich nahe, ein paar Minuten vor. Es ist gerade vor dem Feld von glückende Blumen. Ich werde eine Waffe bauen. Oh! Die Brücke ist ja weg. Hä? Habe ich falsch gegangen? Hä? Oben muss ich lang. Okay, ja stimmt. Da ist die Brücke. Ja, jetzt müssen wir nämlich zu den leuchtenden Dings, weil bösartige Demos kommen. Ich habe keine Ahnung, was es für Demos sein wird. Äh, was es für Demos sein werden, aber ich glaube, Windows 10 ist nicht gerade amused über die Demos. Oh, falsche Richtung. Mal zurück zu die Alpini-Felder. Dann find a way past the rocks, collect the bow. Okay, ich kann nicht mal selber einbasteln, ich muss ihn einfach finden. Okay. Oh! Alter, es geht... Alter, hallo, hallo, hallo! Junge! Hä? Hä? Okay. Ja, dann rutsche ich halt mit dem Arsch da hin. Äh, es ist ja... Aber ich kann jetzt nicht mehr springen, ne? Ja, wir quickloaden nochmal. So, dann gehen wir nochmal zu Fuß da hin. Das kann ja nicht sein, dass ich über den Arsch da hinrutschen muss. Da habe ich wohl einen kleinen Bug gefunden. Aber der wird ausgepatcht, das ist gar kein Problem. Denkt er sich und wartet ein weiteres Jahr, bis der nächste Patch kommt. Bei einer Alpha-Version. Ich gehe wieder falsch zurück. Ah, ich stehe bloß auf. Jetzt rutsche ich nicht nochmal. Find a way past the rocks. Okay, da sind Pilze zum hochspringen. Jetzt mal, damit hat es was auf sich. Ja. Black the bow. Da steckt er doch, oder? Was ist das denn? Oh. Ah, das sind Pfeile. Ah. Stecken überall in den Bollen, die Pfeile. Ah. Das ist ja eine Spur. Da ist er doch. Ja. Das ist ja eine Spur. Das ist ja eine Spur. Ist ja eine Spur. Das ist ja eine Spur. Ah, da. Au Ja geht doch Es gibt es ja nicht, ich möchte meinen Fall mitnehmen, geht nicht, ich kann meine Falle nicht mitnehmen, unglaublich. Okay, die kann ich wieder mitnehmen, kann ich die jetzt wieder mitnehmen oder geht das nicht? Okay. 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 Okay.